Herzlich willkommen zu Corona Konstruktiv, die zweite Ausgabe vom 1. April 2020. Das ist ja hier unser Magazin für gute Ideen in schwierigen Zeiten. Mein Name ist Philipp Banser und remote, wie sich das gehört, im anderen Homeoffice sitzt Lorenz Mazat. Guten Morgen, hallo. Wir wollen ja wöchentlich diese Sendung bringen und das Hashtag dazu Corona Konstruktiv. Da könnt ihr uns Hinweise, Feedback zu senden oder alternativ per E-Mail info at coronakonstruktiv.de. Wir versuchen so 20 Minuten, darauf zählen wir so als Dauer und freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Und Hinweise mit guten Ideen zu konstruktiven Lösungen in dieser Zeit. Das Ganze gibt es auch als Video, da sind weniger wir zu sehen, als vielmehr die Webseiten und Projekte, über die wir reden. Dann findet ihr sowohl in den Shownotes den Link oder wenn ihr bei YouTube nach Küchenstudio sucht. YouTube.com slash c slash Küchenstudio ist die genaue Adresse. Außerdem gibt es das Ganze natürlich als Audio-Podcast in eurer App, wo ihr Alt-Podcast hört oder auch bei Spotify. Wir fangen an. Natürlich, man kommt nicht drum rum, der Klopapierrechner. Das ist also ein Projekt, was eingegangen ist unter Corona Konstruktiv Hashtag bei Twitter und das ist ein bisschen ironisch gemein. Natürlich, um auszurechnen, wie lange reicht das Klopapier noch? Hast du das mal ausprobiert, Lorenz? Ja, also das Schöne ist, dass es auch erweiterte Einstellungen gibt und da kann man zum Beispiel auch eingeben, so oft wird während eines Toilettengangs abgeputzt, wie viele Blätter man verwendet. Ich habe jetzt hier mal gerade bei zehn verfügbaren Toilettenrollen und drei Toilettengängen pro Tag. Sieht so aus, ob es 73 Tage reicht. Ich bin kurz davor, mir mein Toilettenpapier aus dem Geldautomaten zu holen. Das scheint mir billiger zu sein, zumindest mittlerweile, wenn man sich die Preise so anguckt bei Online-Versendern auch. Links findet ihr in den Shownotes, könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen. Aber kommen wir zu einem ernsthafteren Kapitel. Schulen sind zu. Viele Jungs, Mädchen sind zu Hause. Viele Männer, Frauen, Eltern müssen ihre Kinder zu Hause unterrichten, wenn sie das nicht komplett alleine hinkriegen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir mal eine kleine Übersicht über ein paar nutzliche Werkzeuge. Das erste ist Betamax. Genau, also in dem ganzen Genre der Schulbuchverlage und anverwandten Bereiche gibt es jetzt einen Haufen kostenfreier Angebote. Also die sind sonst oft kostenpflichtig. Betamax ist schon ein relativ langer Markt, ist für Matheunterricht, wird glaube ich auch von vielen Schulen bereits eingesetzt. Und was die jetzt gerade anbieten, ist, dass man das als Schule auch kostenfrei verwenden kann für eine Zeit. Ich weiß, mein Sohn nutzt das beispielsweise. Der findet das ganz gut. Und sein Matheunterricht läuft gerade in Teilen auch darüber, also dass die Lehrerin Aufgaben stellt. Ich glaube, Brockhaus bietet auch irgendwie gerade Zugriff auf ihre Lernangebote kostenfrei. Ein anderes Angebot ist auch von Dierke. Das kennen wahrscheinlich viele aus dem Schulunterricht der Atlantenhersteller. Da kann man deren Digitalangebot angucken, nutzen zwei Monate. Die haben Apps für die Mobiltelefone oder Tablets, aber auch eine Software, die man sich auf seinen Rechner runterladen kann. Das sieht erst mal so ein bisschen aus wie Google Earth, also so Satellitenansicht vom gesamten Globus. Was da aber, glaube ich, die Besonderheit ist und wer sich eben für Geografie interessiert, der kann sich dort eben so Aufgaben anschauen. Also da kann man dann Sachen versuchen rauszufinden über geografische oder soziogeografische Gegebenheiten, also Auswirkungen vom Vulkanausbruch etc. Also das kann man, wer sich für sowas interessiert, bestimmt mal ausprobieren und wer älter ist, an seiner Schulzeit zurückdenken. Dann kam ein Hinweis von einem Hörer über info at coronakonstruktiv.de. Ein Hinweis auf Anton.app. Das ist vom Prinzip sowas wie Betamax. Bisschen anders gemacht. Ich habe mich da mal eingewählt, ist kostenfrei. Hörer hat damit sehr gute Erfahrungen, ist offensichtlich auch Lehrer nach eigener Auskunft und nutzt das auch. Und auch da kann man sich, wie gesagt, da kann man sich kostenlosen Zugang klicken und kann dann je nach Klassenstufe und Fach diverse Aufgaben unterschiedlichster Schwierigkeitsstufen lösen. Ist optisch ein bisschen trocken gemacht, aber denke ich total funktional und tut offensichtlich seinen Dienst. Also wer da eine Alternative zu Betamax sucht, speziell eine kostenfreie, der kann sich Anton.app mal ansehen, um mit seinen Kindern da durchzugehen. Dann kam auch noch vom selben Hörern Hinweis auf corona-school.de. Das ist eine Nachhilfeseite, wo Schüler und Studierende, vor allen Dingen Studierende, Nachhilfe anbieten. Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber wie gesagt, Hörer sagt, funktioniert gut und gibt wohl einen Überschuss an Studierenden. Also mehr Angebot als Nachfrage. Wer also Nachhilfe braucht, Fragen hat, kann sich entweder da selber das mal angucken oder seine Kinder direkt da einfach mal hinverweisen. Klingt nach einer guten Idee, das ist ja interessant. Diese Matching-Plattform gibt es ja in verschiedensten Bereichen jetzt, vor allem so in der Nachbarschaftshilfe. Aber dass es auch für Schülerinnen und Schüler gibt, ganz schlau. Es gibt, das ist auch altbekannt in einer gewissen Weise mittlerweile, ja viele Lehrer und Lehrerinnen, die auf YouTube diverse Unterrichtseinheiten oder Erklärvideos machen. Und es gibt eine Übersicht bei klicksafe.de. Das ist ein relativ altes Online-Angebot von, ich glaube, von der Europäischen Kommission oder so finanziert, die eben zu so Online-Themen informieren. Und die haben eine Übersicht, die erstellt, die, ich glaube, so 15 verschiedene YouTube-Lehrerinnen und Lehrer so vorstellt und einordnet. Also wer das sich mal anschauen möchte, das ist, glaube ich, eine gute Ausgangsquelle. Insgesamt, Stichwort Überblick, gibt es auf Twitter zum Beispiel den Hashtag Twitter-Lehrer-Zimmer. Also haben wir den Link auch in den Shownotes und wer das bei Twitter eingibt, der stolpert da quasi automatisch drüber. Unter diesem Hashtag posten viele, die sich in diesem Bereich auskennen und seit langem mit diesen Fragen beschäftigen, wirklich interessante Links, gute Hinweise, gute Ideen. Wenn man da mal ein paar Minuten durchscrollt, dann kommt man schon ein gutes Stück weiter. Vielleicht zu guter Letzt noch ein Hinweis auf lehrer-online.de. Das ist ein Webmagazin, auch wiederum schon recht lange am Markt. Wer sich für Unterrichten, auch vielleicht mehr aus Perspektive des Lehrenden, interessiert, also nicht so unbedingt von den eigenen Kindern oder selber als Schülerin, Schülerin, der findet da einen riesigen Wissensschatz eigentlich zu den verschiedensten Themen, was so Lehre im Netz angeht, also spezifisch zu Fächern, aber eben Methodiken und eben anderen Online-Angeboten. Die haben, glaube ich, auch eine eigene Lernplattform, die sie dort vorstellen und anbieten. Aber wie gesagt, vor allem ist das eher ein Fachmagazin und, glaube ich, ein hilfreicher Tippgeber. Das führt uns zum nächsten Thema, ein bisschen eine Unterabteilung davon, aber eben auch dann wiederum nicht nur für einen schulischen und universitären Zusammenhang zu gebrauchen, sondern für Bildung ganz allgemein, Wissensweitergabe ganz allgemein und das sind Webinare. Also das Prinzip, was ich darunter verstehe, ist, es gibt einen Vortragenden, eine Vortragende, der oder die hat irgendwie Folien vorbereitet, eine klassische Präsentation oder will auch irgendeine Anwendung zeigen, irgendein Programm, will vielleicht auch seinen oder ihren Desktop anderen zur Verfügung stellen und zeigen, was dort passiert. Und dann im Gegenzug, entweder nach dem Vortrag oder während des Vortrags, Fragen entgegennehmen, entweder von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen per Audio oder eben nur im Chat. Und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen können sich dann auch per Video da einwählen oder nicht. Und es gibt irgendwie halt die Möglichkeit, das für ein oder zwei Leute zu machen, aber eben auch für 30, 40 oder 100. Und dann brauchen alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen brauchen entweder eine App oder können es noch ein bisschen einfacher, einen Browser einfach machen, einen Link öffnen, den Browser geht auf und dann dem Browser Zugriff auf Mikrofon und Kamera gewähren und dann kann man da eigentlich teilnehmen. Das ist so ein bisschen die Basisfunktionalität von solchen Webinaren, dass man also Wissen vermitteln kann, quasi ein Seminar, eine Vorlesung abhalten kann. Ohne, dass alle in einem Raum sein müssen. Und da gibt es eine ganze Menge von Angeboten. Ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt sich unter anderem an der Frage, wie gut funktioniert das eigentlich mit wirklich vielen Teilnehmern? Also 20 aufwärts oder so. Da gibt es doch einige Angebote, glaube ich, von denen ich weiß, dass sie da anfangen zu zittern und zu ruckeln. Und das will man natürlich als allerletztes, dass man sich da noch mit der Technik rumschlagen muss. Ich habe jetzt mal drei rausgesucht, die ich mehr oder weniger mal ausprobiert habe und mir mal ein bisschen länger angeguckt habe. Und die sind aus jeder Kategorie ein ganz guter Vertreter. Also der Platz ist natürlich Zoom, Z-O-O-M. Das ist ein US-Unternehmen, hat sehr viele Funktionen, funktioniert wohl auch unter Last mit vielen Teilnehmern, Teilnehmerinnen ganz gut. Es gibt eine Gratis-Variante, die allerdings jede Sitzung auf 40 Minuten beschränkt. Da muss man das alles wieder neu aufsetzen. In der Basis-Variante kostet die 14 Euro. Und ich habe mir mal eine Webinar-Option dazu geklickt, die halt so ein paar Webinar-Funktionalitäten mitliefert. Da landet man dann bei 50 Euro im Monat, was man aber auslaufen lassen kann. Also wo man jetzt nicht in so eine Abo-Falle reinscholpert und dann zwei Jahre dieses Ding zahlt. Also man kann das auch mal für einen Monat für 50 Euro sich klicken, wenn man ein, zwei Webinare machen muss. Der größte Nachteil, finde ich, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Lorenz, sind Datenschutzprobleme. Also die App hat dann kürzlich irgendwelche Infos an Facebook geliefert, ohne dass man bei Facebook angemeldet war. Das haben sie jetzt in der neuen App wohl angeblich rausoperiert, aber irgendwie traue ich dem nicht so ganz. Ja, gerade gibt es da viel Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Ich glaube, deren Börsenkurs ist auch tierisch nach oben gegangen. Aber genau, es gibt viel gerade Aufregung darum, ob die und inwieweit die auch die Nutzungsdaten veräußern. Deswegen sind so Alternativen eigentlich erwünscht sicherlich. Genau. Und die Alternative, über die ich gestolpert bin, über die man recht schnell stolpert, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ist eine Software. Die nennt sich bigbluebutton.org. Das ist Open Source Software, sprich Experten, Expertinnen können sich genau den Code ansehen dieser Software und versuchen zu beurteilen, ob die tut, was sie sagt, dass sie tut. Das ist zum einen eine Software, die man selber installieren kann. Also wenn man einen kleinen Server oder einen Rechner zu Hause hat, dann kann man die da installieren und selber Webinare anbieten und geht damit natürlich ganz sicher, dass die Daten in den eigenen Händen bleiben. Und dazu gibt es eben bei lehreronline.org auch eine sehr gute Anleitung. Ja, man braucht ein bisschen technisches Grundwissen, sonst geht das nicht. Aber mit der Anleitung würde ich, glaube ich, da ganz gut durchkommen. Es gibt diese Software BigBlueButton aber auch gehostet, also wo jemand das selber oder jemand das schon auf dem Server installiert hat und anbietet. Und da kann man sich dann ohne Installation einfach einen Account klicken, kostet nichts. Und ich habe das mal gemacht, das ist bei meeting.levigo.cloud, Link in den Show Notes. Das habe ich mir mal geklickt. Wir haben das kurz vorhin auch mal ausprobiert, Lorenz. Wirklich, da ist ein Raum ratzfatz eingerichtet, das dauert keine zwei Minuten, ist umsonst, bringt die Basisfunktionalität mit, Kamera, Mikrofon, Screensharing. Geht nicht in Safari, aber in Chrome und anderen Browsern funktioniert es. Also das ist auf jeden Fall eine absolut betrachtenswerte Alternative. Hast du damit Erfahrung? Nein, aber ich habe in den letzten Tagen es mir erst ein paar Mal begegnet, dass andere Leute das nutzen, um ihre Firma oder Organisation zusammenzubringen und habe Gutes gehört bis klar. Dann gibt es noch clickmeeting.com. Das ist, würde ich eher sagen, Konkurrenzprodukt zu zoomen. Gibt auch eine Gratisversion, aber viele Funktionen muss man eben bezahlen. Man kann auch dort, das fand ich mal ganz attraktiv, man kann auch dort bezahlte Webinare anbieten. Also wenn man selber ein Webinar anbieten möchte und dafür ein bisschen Geld kassieren will, dann ist das da auch in einer Bezahlvariante mit eingebaut. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie es unter Last funktioniert, aber ich denke, es lohnt ein Blick, ein Sicherheitshinweis noch an dieser Stelle. Gestern ging ein Tweet rum, wo jemand einen Screenshot geschickt hat von so einem Videomeeting und offensichtlich ist der Chef dort mit dieser Auto-Avatar-Funktion ins Gehege gekommen. Also man kann sich bei einigen Plattformen einen Avatar generieren lassen, der das eigene Videobild überdeckt. Und der Chef hatte, wie auch immer, es geschafft, sich als Kartoffel zu tarnen und einen Kartoffel-Avatar zu wählen. Und hat es dann angeblich das gesamte Meeting über nicht geschafft, sich von der Kartoffel zu befreien. Und so war der Chef über das gesamte Meeting eine Kartoffel. Das kann also auch passieren, das müsste man also vorher testen. Wir hatten letzte Woche gesagt, wir kümmern uns diese Woche um 3D und Do-It-Yourself und Maker. Was ist dabei rausgekommen? Am Wesentlichen dreht sich es, glaube ich, um die Frage der Masken. Und da gibt es ja zumindest mittlerweile, denke ich, die Erkenntnis, dass man das am besten tragen sollte, wenn man rausgeht. Wobei man eben sich damit wahrscheinlich nicht selber schützt. Aber wenn man infiziert wäre, würde man andere davor schützen. Deswegen ist das eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, das jetzt in die Hand zu nehmen und sich zumindest einen Schal wohl vor den Mund und die Nase zu ziehen. Aber man kann sich eben auch Masken selber nähen oder basteln. Und dafür haben wir ein paar Sachen rausgesucht. Genau. Also ich glaube, Masken, wie gesagt, wissenschaftlich ist das nicht so richtig erwiesen, dass die helfen. Aber es ist vor allen Dingen, finde ich, auch ein Signal. Ich kümmere mich um das Wohlsein der anderen. Es steigert vielleicht auch die Akzeptanz solcher Masken in der Gesellschaft. Wenn dann mal wirklich medizinische Masken weit verfügbar sein sollten, steigert das vielleicht die Akzeptanz. Und mehr Leute tragen Masken. Aber was man natürlich nicht vernachlässigen sollte, sind andere Schutzmaßnahmen. Nur weil ich jetzt eine Maske trage, auch wenn sie selbst genäht ist, muss ich mir natürlich weiter vor allen Dingen Abstand halten, Hände waschen, solche Sachen. Ja, genau. Anleitung zum Maskenähen. Da gibt es eine ganze Menge. Wir haben ein paar Links mal reingemacht. Makefacemasks.com ist eine Adresse. Dann haben verschiedene Leute getwittert. Und wir packen die Links zu den Tweets in die Shownotes. Darunter haben sich auch jede Menge Rezepte und Nähanleitungen angesammelt, die sich alle mehr oder weniger gleichen. Ich habe noch einen Hinweis bekommen auf Fahrradkuriermasken. Auch das sind natürlich, soweit ich das weiß, keine medizinisch evaluierten Masken. Aber doch sicherlich etwas professioneller als diese selbstgenähten Masken. Also das sind Masken, mit denen Fahrradkuriere durch verstunkene und verqualmte und verpestete Städte radeln. Und respro.com hat da auch jetzt auf der Startseite eine FAQ bereitgestellt zu seinen Masken. Was die leisten, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Sind, soweit ich das sehe, auch noch lieferbar. Also nicht ganz billig. Also kostet alles so 30, 40, 50 Euro mit Versand und so. Also das ist jetzt kein Geschenk. Aber wer Interesse hat, kann sich das auf jeden Fall mal ansehen. Sehen ganz stylisch aus auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Sonst gibt es in dem Bereich, wo Leute 3D-Drucker gerne einsetzen, gerade einen Trend zu helfen, so Spritzschutzmasken herzustellen. Also dass man mit dem eigenen 3D-Drucker so Halterungen bauen kann, an die man dann irgendeine Form von Plexiglas oder sogar Getränkeflaschen, also aus Getränkeflaschen geschnittene Schilde reinhängen kann. Das scheint sinnvoll zu sein. Ist natürlich, glaube ich, ziemlich langweilig, so ein Ding zu drucken, also so ein Set zu drucken. Aber wer eh das Rumstehen hat zum Gerät oder sogar mehrere in einem Makerspace, der kann da bestimmt lokalen Krankenhäuser oder Arztpraxen helfen. Also das ist wie so eine persönliche Windschutzscheibe fürs Gesicht irgendwie sowas, ne? Genau. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich in Kliniken etc. eingesetzt, um eben diesen Spritzschutz zu haben, dass niemand anders dich mit seinem Atem sozusagen den Aerosolen dann infizieren kann. Wir sind in Woche zwei, glaube ich, oder haben wir schon zwei hinter uns, der Quarantäne mehr oder weniger oder der Kontakteinschränkung und es mehren sich Berichte, dass häusliche Gewalt zunimmt. Das ist erstmal plausibel. Ich habe da jetzt noch keine Studien zugesehen, aber da mehren sich doch die Anzeichen, dass das ein Problem sein könnte. Und da gibt es ein Merkblatt für Männer unter Druck. Ja, das hat eine Organisation aus der Schweiz gemacht, Männer.ch, die, soweit ich das einschätzen kann, ich habe auch da mir so ein bisschen Infos eingeholt von Leuten, die sich da besser auch mit auskennen als ich, erstmal einen ganz integeren Eindruck macht. Also es sind jetzt nicht so Maskulinisten oder sonst was, sondern die befassen sich mit so Themen wie Männergewalt und so weiter schon länger. Und die haben Merkblatten zweiseitiges gemacht in mehreren Sprachen, also auch Portugiesisch, Kurdisch, Tamil, Englisch und so weiter. Und wollen da vor allem, ich lese mal kurz einen Absatz vor, unser Beruf ist es, Männer zu beraten und zu begleiten. Wir wissen aus Erfahrung, in einer Krisensituation steigt das Risiko, die Kontrolle zu verlieren und gewalttätig zu werden. Hier sagen wir, was dich als Mann unterstützt, Stressmomente in der Corona-Krise zu bewältigen. Und das ist, wie gesagt, ein zweiseitiges Merkblatt. Und da sind dann eben einige Hinweise darauf, wie man vielleicht erstmal auch Selbsterkenntnis unter Stress gerät. Und hast du das mal gelesen? Kannst du da ein paar Sachen nennen? Ich habe es gelesen, ja. Also es geht um erstmal so die Schritte in der Form von Selbstbeobachtung zu haben. Also werde ich gerade, stehe ich überhaupt unter Stress? Also dass du da überhaupt selbst dich erkennst, dass du gerade vielleicht in der Situation gerätst, wo du die Kontrolle verlierst. Und dann gibt es Hinweise, wie man sich selber sozusagen was gegen den Stress machen kannst. Also auch, dass man darüber spricht, dass man zum Beispiel im Stress ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, ist aber vielleicht eine Unterstützung. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr, die ihr zuhört oder zuseht, uns Hinweise auf ähnliche oder in die Richtung gehende Angebote gebt. Bitte sendet uns die ein. Info at coronakonstruktiv.de oder eben als Hashtag bei Twitter coronakonstruktiv. Wir haben zum Schluss noch ein kleines Follow-up zu unserer Abteilung Livestreams, Bewegtbildunterhaltung in der Quarantäne. Und zwar ist da noch eine URL ins Haus geflattert, berlinalive.de. Was ist das? Das ist eine Sammlung, die wird auch von der Kulturverwaltung hier in Berlin aus. Und da wird eben gesammelt, was ist hier eigentlich in Berlin gerade alles los und was wird live gestreamt. Und das ist schon umfangreich. Also für heute, wenn ich da gerade mal drauf schaue, sind da über zehn Angebote aus dem Bereich Theater, Musik, Kinderprogramm, Tanz. Und die kann man sich da dann anschauen. Natürlich nicht nur für Leute aus Berlin, sondern kann man sich wahrscheinlich weltweit anschauen. Wunderbar. Das war es für diese Woche. Coronakonstruktiv ist der Hashtag Info at coronakonstruktiv. Die E-Mail. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Hinweise. Bleibt gesund und konstruktiv. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.